Und das erste Finale, es geht um die Europa League. Wir haben das erste Endspiel und hier sind die Finale-Teilnehmer. Wir begrüßen mit einem kräftigen Applaus aus Ostfriesland der FC Friesianer Endel! Unsere erste Finale-Liste in Friesianer Endel! Und ich habe einen richtig guten Gegner für euch! Sie kommen aus der Löwenstadt! Das sind die Freiturder! Und das sind die Freiturder Braunschweig! Und ich darf euch den Schützlichter der Finalbegegnung, denn das ist Palli Douglas! Das ist unser erstes Finale, Friesianer Endel gegen Freiturder Braunschweig! Ich darf die Spielpflege feiern! Auf geht's! Friesianer Endel! Friesianer Endel! Friesianer Endel! Friesianer Endel! Friesianer Endel! So, jetzt in einer 1 Stunde! Noch einmal den Fürschließen, damit wir gleich den Start im Rennen! Und dann schauen wir uns zu Harni, wie sieht's aus? Bist du soweit? Dann wird es eine Gäste, Schiebswichter, Mannschaft in 8er Rente, Riegel aus geht's! Das erste Finale, das geht in der Europa League zwischen Friesianer Endel und der Freitur aus Korscheid. Wieder dritte! Fünf! Jetzt ist die Freiturder Braunschweig! Jabbar! Zieh! Heih! Legislation! NichtPC werfen! Sauber! Nein! Nein! ZSij ist nicht! FW Dean… Wissen ist das eins? Was soll das mitgeben für uns in Karola? Ich hab heute einfach die Wissenwalder Bühne an. Ich bin sehr dankbar, ob ihr uns beitragen könnt. Auf geht's! 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 Ohne Anstoß an die Finalbegegnungen, gleich erstmal auf das Finale der Champions League. Die große Siegerierung hier beim Röntgen-Heinz-Vergang. Hier gewähren alle eins. Der Schlafschluss der Lustgung ist die große Sieger, der natürlich alle Mannschaften haben. Die dritte Spielzeit-Tore für die Freitur aus Braunschweig. Die neue Prämierer sind in der Vier! 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 Ja! Die vierte Spielmutter, Torfüft, die Prisierende, 1-2-1, Zerbierungsdurch, durch die Nummer 6, das ist Kamorchaus. Mika, Mika! Get out of here! Mika Rundfunk! Und das ist Stefan! Geh! 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 Die fünfte Stilte. Trailer für die Freitur aus Brunschwein. Der neue Spielstand 2 zu 1. Kennen! Keih! Eins, unser Ansatz! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017